Ja! Ja! Gleich wird's wehtun. Fertig? Haha, ist ja ein Klacks. Ist leichter, wenn du aufgibst. Na, trau dich doch. Wow, das ist toll. Zora, hab ich dir gefehlt? Jufi, bereit zum Kampf. Na los, auf, auf. Das wär's dann wohl. Hier, bitte. Das wird schon. Ah! Ah! Nein! Ah! Okay, warte mal kurz, ja? Äh! Das ist der Verteidigungsmechanismus der Stadt. Vorsicht! Hey, Leute! Wie ich sehe, seid ihr noch immer in Topform. Na, was hast du denn erwartet? Großartig! Nein? Aber ich hab irgendwie gespürt, dass wir uns wiedersehen. Soll das Leon sein? Alle sind bei Merlin zu Hause und furchtbar beschäftigt. Kommt mit! Darf ich vorstellen, das Hallo-Bestien-Wiederaufbau-Komitee! Wo habt ihr denn die ganze Zeit übergesteckt? Du sagst es! Die drei haben versprochen, uns zu helfen. Die Stadt kehrt langsam zur Normalität zurück. Die einzigen noch übrigen Herzlosen sind die üblichen Verdächtigen. Und es sind weniger als zuvor. Willkommen zurück! Bestens! Was soll denn das lange Gesicht? Stimmt was nicht? Ah! Ich glaube, Tron hat etwas zu viel Zeit mit den dreien verbracht. Dieser MCP gibt einfach nicht auf, was? Um. Aber wir können nachher.